Ich fand die Truppe eigentlich ganz gut. Machen wir mal eine Runde leichter wieder. Versuch's mal mit der Truppe. Wir brauchen jetzt ein paar Kerzen. Wir kommen zu einer quieten Seite und verlieren sich in eine riefende Diskussion und eine passionnete Diskussion. Die Crossroads. Wait for the lantern's light and welcome what help may come. So, weiter geht's. Also, ich will wieder die Lantern haben. Perfection glints wicked along the rapiers edge. Dann die Barbarin. So, der Junge seinen Abschied. Wieder unterwegs. Die Junggesellinnen-Abschied. Schauen wir mal hier, ob wir hier jetzt ordentlich was sammeln können. So. So. Okay. Meine Todesstoße setzen. Vielleicht sind wir auch falsch angegangen. Ich bin sehr gut. 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 das tut die sektoren und von der wurde gut auch mal gilt Ohne Stoß. Zombies sind ganz schön giftig. So. Deutlich einbarer. Fünf Meisterschaftspunkte. Man kriegt ja deutlich mehr. Das ist der Hasthof. Wo sind wir angekommen? Wir sind... Das Feuer ist lit. Das Tafel ist setz. Das Inn erwartet seine Lieblingsgäste. Oh, was? Standard of Battle. Worn ragged by Time, Travel and Tumult. Erstmal ich mal das Riechsalz mit. Arm ist besser als brauchen. Bei Stressschaden Halt um 33. Aha. Bei Zugende verbindet er voraus. Ja. So, dann kriegst du noch das. Passt. Lärm, was kann beendet werden. Und du kannst nur ein bisschen kalt sein. Das möchte ich einmal hier haben. Dann sollst du dein Gift verschwerken. Unbedingt das Bluten. Also unbedingt um die Fünde. So, sind alle verbessert. Ihr Coach muss beendet werden. Der geht mal wieder mit. Dann gehen wir auch wieder ins Dickicht. Jo. Ich glaube, das müsste dann einfacher sein. Gehen wir mal die Regie mal durch. Wir machen einfach mal ein bisschen auf, wenn die Stunde schon rum ist. Die Wege sind auch deutlich einfacher. Ein Wachtturm. Boskampf. Nach dem Wachtturm. Zum Boskampf. Ja. Mal links, dann rechts. Ich gucke uns mal die Boskampf an. Das würde mich interessieren jetzt mal. Und wir würden uns gleich mal Glästigkeitschern sammeln. Ah, gleich nochmal. Noch freust du dich, Brutiker. Heldensiller reicht. Der Wachtturm. Er deckt alles auf. Hände der Besinnung. Fühlt die Geschichte des Helden fort. Das ist auch geil. Carry upon the wind. So, einmal ist ein Kampf. Was ist das? Waffenregal? Haben wir auch noch nicht. Waffenständer. Da sind wir nicht bewegen. Unbeginn. Benachterte Verbündete. Kritisch und Verteidigung. Ah. Gar nicht gut. Stich-Kombo. Ja, klar. Sperrwurf, ja klar. Das tut auch weh. Du kommst da rum. Kann man das ja nicht so noch auf dem Waffenständer gehen. Aber der macht doch ordentlich an. Ja, er bafft. Er verfehlt sehr gut. Da hat er noch sechse. Der Waffenständer kann nicht bluten. Da können vier bis sieben Schaden machen. Fünf. Ha, 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 ha. Hat dann eure Waffenständer schon mal nicht mehr. Stoß-Kombo, leider. Halt's dich mal. Stich. Das ist vermutlich verfehlen. Das vom Bosskampf, ehrlich. Ach ja, war ja klar. Ja, das bluten. Na. Hohle, schluss, schon mal gut. Ah. 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 The work continues. Erstmal alles mit. scheiß barrikade jetzt haltet euch jetzt aber ganz schön auf den sack gekriegt ich habe in der vergangenheit machen wir mal habe aber weiter hat man gar nicht angefangen okay und ok unglücklich interessant was kriegen wir dafür das ist danach erforderten gleich noch ein paar ziel einsatz 3 zielen vielleicht noch erhaltbar treffer 33 heil interessant so wenn wir das noch einmal panzerung und dann fester des generals eine runde müssen wir schaffen kommt irgendwann machen wir noch durch was bluten da ist aber echt besser Pech. Der Junge seinen Abschied hat nicht wirklich einen guten Start. Sechse. Rüstung ist weg. Eigentlich bin wir gleich tot. Massiv geschwächt. Kurz rennen wir sich auf Podika. Schnelles Todes, ja. Wir kriegen den nächsten Runde auch weg. Ach Gott. Heute ist aber auch Pech. Ja. Ja. Tod finden der Kriegerin Erlösung. Der Run war auch nicht. Der Run war auch nicht. Jetzt läuft's. Der Trommler ist echt. Ja, ich will das mal auf den Kadaver gehen. Kommt jetzt aber. Der Rüstung weg. Rüstung weg. Rüstung weg. Wir gehen weiter. Christ des Vergessens. Und dann haben wir eine Kuh mit Vorräten. Oh, zwar mal Gegend gibt's gefunden. Die Losing Whisperer. Die Losing Whisperer. Die Losing Whisperer. 32 Meilen. Die schaffen wir doch nicht mehr. Eine Kur. Krenfüße. Krenfüße. Stand auf der Standarte. Kochplatte. Nichtsdestotrotz rüsten wir mal aus. Christi Krenfüße. Randmittel, plus 15 Flamme. Geh mal noch. Schreiner Besinnung. Geh mal die Stücke kaputt. War nicht schlimm. Kann man eine Helm-Geschichte fortführen? Dann nochmal Grabbarbarin. Was hat Fortuna erwartet, als sie mich in diesen Rach... ... mich immer rachsüchtiger werden ließ? Schlaftrohn. Night after night of Disrespect and Abuse. Enough was enough. Okay, sie... Ähm... Ihr Mann ist immer noch Lüstling und beleidigt sie. Okay. Guck mal, jetzt schon ihre Klamotten. Sie schützt sich wütender Gatte. Beruhigen wir ihn. Du Wachsers! Ja, natürlich, mein Liebster. Trockner Prahlerei. Verbergen. Machen wir's mal. Wo bist du? Das ist ein Getränk vergiften. Durchatmen. Bald wird er müde werden. Benommener Stumpfsinn. Okay. Das ist meine Gelegenheit. Vergiften. Auf Ex. Durchatmen. Genieße diesen Anfall, Liebster. Es wird dein letzter sein. Wo bist du? Und er wird sterben. Falls wird er müde werden. Ja, der Mann vergiftet. Okay. Gut, ich habe aber einen der Mann vergiftet. Okay. Sein letzter Abenzug war die einzige Freundin, die er mir je bereitet hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, die Kutsche kriegt nochmal einen drauf. Jetzt geht es um ein Schreiner Besinnung. Wir könnten schon wieder. Spontane Morde kann ich empfehlen. Man sollte immer einen Plan haben. Okay. Unerwartete Reichtum. Okay, das können wir mit dir aber hier. Loslegen. Mm-hmm. 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 Kein Geld? Ausfallschritt. Ja, das ist die alte Taktik, ja, Selbstverfolge 2. Anwendung war kritisch, Rückstoß 2. Ignoriert. Das ist gar nicht mal uncool. Schub war noch nur so, als ich dachte, ja. Ganze Geld versoffen. Okay, wir müssen einen Reparaturkampf machen. Und dann den Bollwektor Kultisten. Da werden wir sterben. Ah, ich glaube, wir haben ein paar Kerzen. Alles cool? Nimm mal eine Kutsche herunter. Gut. So, repare jetzt mal die Kutsche. So, er wird Licht erhöht. Er ist blind. Sehr gut. Schon mal gut. Also, wir müssen einen Kapagian. Stadig dich selbst. Also, wir müssen einen Kapagian. Also, wir müssen einen Kapagian. Okay. Er ist am Rücken. Er ist am Rücken. Okay. stand fest das müsste dann komische strechern 33 so erstmal dass wir alle bluten kriegst du erstmal gift Das ist kein Zeitpunkt für Verlust. Messiere deine Verlust und es verwendet. Sechse, ne, fünf, vierzehn, reparier mal weiter, sie ist bald weg, das ist ein bisschen ausgeglichener von der Schwierigkeit her, er macht immer noch kritisch, weil er den buff hatte, ein bisschen verbrecht, ein bisschen verbrecht. und du musst reparieren So, deine Rüstung ist weg. Vielleicht verblutet er auch gleich. Mann. Und? Schade für das erste Sammbruch. So, schauen wir mal. Hm, Hänsel abgeschlossen auch noch. Okay. Noch ein Absinn. Haken wir mal auf den Toten Wasser. Spielzeug machen, oder was das war? Okay. Jetzt können wir aber auf den Haken. Fünf hat er noch. Gut, dann brechen wir die Exhibition ab. Was hätten wir noch? Oh, dann können wir aber ein Bollwerk wählen. Wir fahren mal zum Bollwerk. Könnte man da wählen, ob man kämpfen will? Ich glaube nicht, ne? Man muss da. Ja, man muss da kämpfen. Naja, gut, okay. Aber das wird ne schnelle Geschichte. Wir werden uns so schnell wegschlachten. Okay. Aber ich bin so cool. Okay. Okay. Du bist da,rà habil常 her, models. Was es46 sticks, wir brauchen das. Müllگ hat sie schimpf. Wie湯 schon vai das mit. Oh, das war unsere Bemerkre Together. Phant dysklimon after ihr hence. amos, Mann. Cauchat dysklimonation. Bollwerk,爽 maintk behöch. Also müssen wir sicher. Es geht alsoap Cal quatro, das ist sicher. Was warto. Wie viel mehr weißes schön. Was etwas zu sagen. Gut, das war's. Kurz und bündig. Danke, Gegner. Achst, nur 10? Ja, weil wir halt nichts durchgebracht haben. Wieder eng. Okay, also die Truppe hat dann das bisschen Pech gehabt. Brawling. This hellish abuse extends beyond sanity itself. Kann man hier irgendwas verbessern? Bei der Kutsche und Hauptplätze. Ah. Mehr ressourcen. Bekunft am Lazarett. Hm, Begleiter. Hm, Kutsche weiß ich nicht. Zeitloser Wald. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Oh, war noch kurz ein Kutsche. Every twinkling recollection is another implement at our disposal. New instruments will help us diagnose the world's affliction and overcome it. Okay. Schleinkarte. A welcome advancement in the science of survival. A little more light. A little more strength. Das ist ein bisschen mehr Kraft. Das ist ein bisschen noch mal auf. So. Was für eine Truppe nehmen wir diesmal? The seat of your denial purged precariously in the murky gloaming. Hmm. Commonalities between the mythos of ancient cultures was not a new area of study for either of us. But it was there that we first noticed the pattern. The crossroads. A place between places. A murderous melody lingers. Long after the final chord has been struck. Den nehm ich mit. Dich nehmen wir mal mit. Making peace with adversity is the very essence of existence. Dann nehm wir mal dich mit. Hunted. Harid. A fugitive seeking to outpace the past. Mit der Truppe. Dann machen wir noch bis zum ersten Gasthof. Wird extra lang. Aber das ist dann so. Anwärts. Und was uns hoffen und noch immer noch der Welt bleibt. Das lässt man wieder einen One haben, der ein bisschen besser ist. Schossen? Was fehlt? Verwacht. Und Gift, war klar. Lass ihn bluten. Noch mal, noch mal Gift. Nein, sehr schön. Komm, den hinten. Gift immer. Da fehlt 5. Na, klar. Den Gift immer auch. 6. Hau noch mal rein. Und noch mal Gift. Der ist weg. Der auch was. Der auch. Ein weiterer Impediment. Er ist mit Impunity. Der Arbeit weiter. Hm. Hm, hm, hm. auch in den Gasthof, welchen wir erwischt? Kartentisch, Operationstisch drauf, Eigenschaften, Redenort entfernt, 10% Krankheit, okay. Ein bisschen ein Schlag hoch. Hierbei möchte ich hochgezogen haben, bei ihm natürlich das Abschneiden. Passt. Spend was du kannst, weil die Weile nicht mehr Sinn hat. Wenn es tatsächlich nie gemacht hat. Kaufe mal Flamme. Was haben wir hier im Gasthof? Einmal etwas, um die Regeln des Räufs zu reduzieren. Halt um 50%. Mehr geht nicht? Okay. Das ist das kriegen. Halt um die Fähigkeiten verursachen, erhalten. Halt. Halt nicht wirklich, komm. Bin mitgenommen. Passt. Ähm. Gut. Dann passt das auch. Warte. Warte, wir machen mal schneller. Warte. Ich würde noch mal den Knopf noch mal das Ding probieren. Abmarsch. Und... Gucken wir mal, was die Karte sagt. Oh, 60 Meilen. Hilfe suchen, ne? Okay. Wir suchen, ne? Schrein der Besinnung, Heldengeschichte. Noch ein Schrein der Besinnung. Okay. Dann werden wir mal links. Fahren wir auch. Waffen wir gleich mal einen anderen Helden. Gut, da haben wir schon den ersten Kampf. So, ich möchte, dass du einvergiftest. Ich möchte, dass du das Ding kaputt machst. Dann haben wir fast so weit. Noch haben wir Schutz. Ah, schön. Schon gegiftet. Mach einen Strich. Ja, ich stich. So, Selbstverteidigung erhöhen. Immunität. Trotzen. Trotzen. Meine müssen mich angreifen. Zwei. Er hat noch acht. Hier kriegt er pro Schaden rein. Ich brauche einfach mal drauf. Ich brauche einfach mal drauf. Passt auf. Das ist da mit deiner Todesschwelle. Setz mal aus. Neun. Fünf. Und. Gut. Leider dran ist der Tod. Das ist schön. Wir sind die Flamme. Die Flamme brennt so stark für all die Welt, um ihn zu sehen. Erdfalle. Ich habe gesagt, wir machen auf die beiden Schreine. Okay. Weiter geht's. Ein paar Meilen können wir noch machen. Wir sind über nur Ruinen und Zerstörung. Ach, naja. Wir sind geheilt. Sehr gut. Flüchtlinge. Komm. Mindest du stolz, um zu helfen. Rot. Schreiner Besinnung. Safe passage along this stretch. A welcome reprieve. Gucken, was sich noch heilt. Ja, hat sich wieder geheilt. Sehr gut. Gucken wir uns mal den Joker an. Gut. Hohe mal raus. Schreiner. Schreiner. auf den Friedhof gelockt, als Taugen nichts. Oh, er sah auch mal cool aus. Durchspielen. Ein Zurück und Verteidigung. Das ruft mich auch als Erinnerung. Fahren wir weiter. Oh, da war ein Hinterhalt. Oh, da war der Nächsten. Gucken wir, was auf dem Friedhof passiert ist. Ein Löwe im Blutgetränken. Achso, oh Gott, ähm, das hätte ich dir gemerkt. Ehrgeiz in meinem Herzen. Das kommt nach dem Refrain. Ah, das lässt auch gespielt Refrain. Okay. Spiel, es ging jetzt um dein Leben. Schritt halten. Ah, das war, das war falsch. Okay. Probe. Zwischenspiel. Schritt halten. Okay, das war falsch. Schritt. Dann wir fahren. Spielern wir auch warten. Mal sie fahren. Ne, eine Strophe. Kadenz Zwischenspiel Pehlfritte Solo Okay Mein eigenes Motiv wäre hier perfekt Wir hatten jetzt das gespielt Strophe Strophe kommt der Refrain Strophe kommt der Refrain Jetzt kommt der Solo Solo Finale Wir haben ihn geschlagen Der doppelte Blutungsangriff aus dem Vorgänger Teil ist hier Das ist gut Okay Okay Dann fahren wir jetzt zum Boss Wir fahren jetzt zum Boss Okay Und da machen wir dann den Cut Bisschen schleimigen Pilz Okay Dann machen wir den Kampf Und dann geht es zum Boss Bischof Dreht euch um Lücken Der muss ich wegkriegen Den Armbruch schützen Sechse Eine Runde noch Dann haben wir den Typen weg Sehr gut Agony By Accumulation Der Schnitt kommt Die Warte runterunwürdigen Ihn können wir nicht angreifen Dann Flamme 76 Wir hacken ihn Dumpf er fehlen Exsukution Sehr schön Eine weg Elf Sehr gut Erneut er die Was ist denn hier drin? Kapo Trink Für wer weiß Was lurkt In der Beyond Mistimed Mistdirected Section Pulver Ziel anvisieren Nächste Runde Außer voll drauf Achte Mit dem Schade Hat er nicht gekriegt Aber wenn er schießen kann Die Runde Vorhin zum Dienst Rufen kann 12 Zählen Und Schade noch 5 Erst nur noch 10 Hier machst du Schade 3 bis 6 2 bis 5 5 Oh Einen hat er noch Einen Einen Aber nicht schlimm Na jetzt hat er wieder Ist doch weg Halt dich Danke Auch noch einmal zu Rüstung ist weg Ein Treffer Und Bam Da wird Ruhe mit Den Gravuren Okay Einfant Verheisterkrotzung ist durchgekommen Aber Wir nehmen die Kiste mit Und geben die ab So Generaleinkampft Best Einfant sehr schön erst gesetzt 7 und blut ich gebe doch mal mehr schaden beide weg haut ganz schön rein haut zurück einer war nicht er ist auch der wird uns bald ich bin weggeschossen dürfte der zweck 9 und blutung sterben die gleich rüstung weg den kriegen wir er haut noch mal zu muss doch weg sehr schön und weiter gehen wir nicht wir suchen da 28 meilen noch die hilfe suchen fackel fackel und nahrung ich bin fähig ich habe hunger verhandeln wir im krisis nun gehen wir sind signifikant so dann haben wir eine heilung station sehr gut 8 meilen sind durch wir sammeln sie lange am zeug sein hat her aber ok hast wir überziehen machen wir mal weiter hier das vergessen ist machen wir auch noch mit dann kämpfen wir mal wer war denn das mit dem heilen wer war denn das Observe the subject carefully and you will discover its weaknesses was hat das Holz let us take a closer look at the thing and it's more closer than it is 3 hilft's schon mal gut stärken sich gegenseitig und test und Sarmenti Reifersammenbruch naja ok 7 du kannst einfach mal zielen nachtridual wacht sich selbst das viel willig bluten lassen die können wir erstmal nicht schaffen aber wir müssen dann halt die kleinen hinten raushauen noch mal zwei leider verfehlt neun kritisch gut der eine ist gleich weg Welle des Todes wir aber auch test test of all master stroke führts in der schaden machen können ausweichen ausweichen und geübt das nach gleich wem wusste ich's doch der war das stein die stein und die mit ist noch tot machen So, einen haben wir raus Hau da drauf Sechse Wenn ich mich nicht mal heilen kann Hau nochmal drauf Ja, perfekt Schöner Papa So, wie sieht's noch mal an? Und er kriegt Er heizt sich mit 6 Okay So, und das können wir ihn voll Verkloppen Rüstung zerstört Perfekt Hier ist ein Tod gehackt Nehmen wir alles mit Sieben Meilen bis zum Rasthof Schaffen wir's So, wir haben es geschafft Und jetzt können wir irgendwann abbrechen Erfolgreich Lass das Volk wissen, dass seine Beschützer noch Stompfe sind Muss angelegt sein Kutschenausrüstung Okay, geweihte Schriftrolle Nehmen wir mit So, und jetzt Lern ein bisschen Und beginn 22 Das müssten wir mit dem Kreuzritter Ein Stückchen weitergekommen sein Und seiner Quest zur Suche Ein Oceen Gehen wir mal zu den Statterlebenden Diese sind geschlossene Seine, und unsere Fortunen mit ihnen fahren. Die wahrheitliche Schönheit der Welt. Die, die in ihnen leben. Ein bisschen mehr Licht, ein bisschen mehr Kraft. Und den Rest in die Flagge landen. Oh! Freigeschaltet. Gut. Und da sage ich mal, beenden wir heute die Folge. Mal gucken, ob wir weitermachen. Ich glaube, das hat mal einen kleinen Mühefortschritt. Und es führt sich hier, glaube ich, langsam mit sinnvollen Sachen. Na dann, bis zum nächsten Mal!